Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Mit der Verpflichtung von Floreau Mollier hat ja Hufen Schröder ein Spiel an Bord geholt, den man hier in Deutschland wahrscheinlich noch gar nicht so gut kennt. Trotzdem bringt der 30-Jährige eine Menge Erfahrung mit, was für unsere Truppe im Abstiegskampf sicherlich wichtig sein wird. Denn nach 173 Spielen in der französischen Liga erwartet er nur noch den Schritt in die Bundesliga. Ich wollte unbedingt noch einmal ins Ausland wechseln. Als ich den Anruf von Schalke 04 bekommen habe, einem großen renommierten Klub, da war mir sofort klar, dass dies die richtige Adresse sein kann, sagte Mollier, der zuvor bei Montpellier spielte, auch immer nur in Frankreich aktiv war und nun bei uns einen Drei-Jahres-Vertrag bekommen hat. In den zwei Testspielen haben wir Fans auch schon erst einen Eindruck von seiner Spielweise bekommen und vor allen Dingen auch gemerkt, dass Mollier uns durchaus verstärken kann. Der 1,75 Meter kleine Mittelfeldspieler ist ja technisch sehr, sehr stark und hat auch einen guten Abschluss, erzielte auch schon zwei Tore. Und er selber hat auch eine gewisse Forschlung davon, welche Rolle er auf dem Platz einnehmen kann. Ich sehe mich hier im Zentrum als Nummer 8, als Box-to-Box-Spieler, sagt der Franzose. Und genau da bin ich jetzt mal sehr gespannt. In den beiden Testspielen haben wir ja bislang immer im 4-4-2-System gespielt. Mollier auf der Seite des rechten Mittelfeldspielers, so eine Mischung aus Zehner und Flügelspieler. Vielleicht ist aber auch das genau die Rolle, die zu ihm passen kann. Als Box-to-Box-Spieler kann er sicherlich dann im 4-3-System funktionieren, wenn man da spielen möchte. Als zweiter Achternehmer Rodrigo Salazar. Also wir sehen mit dem Franzosen am Mittelfeld jetzt wirklich verschiedene Möglichkeiten. Je nachdem eben auch, wo ihn dann Frank Kramer am Ende sieht. Mollier hat aber auch über seine ersten Wochen auf Schalke gesprochen. Und er hat noch so ein bisschen mit der Umstellung von Frankreich auf Deutschland zu kämpfen. Was aber ja auch vollkommen normal ist. Schon im Training gibt es etliche Unterschiede. Ich bin überrascht, dass die Intensität hier höher ist als in Frankreich. Außerdem geht im Training alles sehr geregelt zu. Sehr pünktlich, es wird nicht geflaxt, sondern sehr ernsthaft gearbeitet. Und auch der Deutschunterricht ist natürlich ein wichtiger Teil in dieser Vorbereitung. Sprachlehrer für unsere Neuzugänge Mollier und Ibrahim Astizé, sowie für Marius Lode und Dong Jong-Li, die ja schon im Winter gekommen sind, ist übrigens unser Ur-Schalker Bodo Menze. Der 69-Jährige, der jahrelang Nachwuchschef bei uns war, spricht nämlich fließend Englisch und Französisch. Und deshalb ist er auch sehr, sehr oft beim Training mit dabei. Und von Mollier ist er ebenso angetan wie unser neuer Trainer, Frank Kramer. Wenn er am Ball ist und ein, zwei Meter Platz um sich herum hat, ist er sehr beweglich. Er hat schon angedeutet, dass eine Verstärkung für uns werden kann, sagte Kramer. Und ich bin echt gespannt, welche Rolle am Ende dann auch Floro Mollier in der Bundesliga einnehmen wird. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. An alle Schalker.